Ich bin am Auto. Das ist mir genau das gleiche passiert. Bescheuerte Fun-Menü. Ich wollte eigentlich einsteigen, damit du mal... Ich sitze auf dem Rücksitz. Du wirst als Fahrer einsteigen. Ich fahr so um. Ich hab mit meiner FPS-Rate... Oh, da sind sie flogen. Ah, eh noch, eh noch. Eh noch. Eh, rückwärts. Oh, drei eh noch. Ja. Jo, jetzt noch Zweier. Oh. Hey, bleibst du stehen? Allgesehen. Was Schitti sagst? Einer noch. Jetzt soll ich mit dem Auto überfahren. Oh, warte, 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 warte. Ja komm, stell dich direkt vor. Ah, kein Haken schlagen hier. Sag mal. Ne, mach was. Na klar. Spring ab, warte. Komm, 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 komm. Einfach stehen, lassen sie 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 so... Judi. Aus meiner... ...8 Spieler muss so... ...wo die lieben, oder wie, tatsächlich. So, Closing. SVD habe ich nämlich gefunden. Ja, dann. Dann noch ein zweiter Gang. Drücke hier. XFPS. Da ist Standbild. Bei 3FPS. Oh, ich steige hoch. Also, wie gesagt, sonntags. Pass auf, wir werden jetzt hier noch einmal durch. Dann fahren wir nach Hause. Ja, Papa. Wer hat denn schon wieder an uns gesehen? Ach der. Ganz rennen. Würde ich aufmachen, aber ich habe die alle so hinter mir. Ich dachte mir, es wäre vielleicht keine schlechte Idee. Oh, oh. Wenn der mir sich gleich wieder sehen. Ich kann die nicht mal abschütteln, wie sonst, weil die sind so dicht hinter mir. Kann man die abschütteln? Kann ich nicht. Und noch ein. Oh, und noch ein. Die spawnen gerade. Na toll. Weißt du, das bringt heute nichts mehr? Also, ich habe... Also, für mich nicht. Ansonsten bleibe ich im Auto und du machst deine Runde. Oh, je. Ich habe hier teilweise Stammfilter. Und wenn die mich überholen. Oh, verflucht. Oh, jetzt hätten sie mich beinahe erwischt. Oh, der überholt mich. Der überholt mich. So, das Nachtsicht hier regt, habe ich mal eingesackt. Ich werde die nicht los, die sind so dicht hinter mir, aber kleben mir am Arsch. Jetzt habe ich noch einen roten Ping. Und ich habe 6 FPS. Klingt nicht so gut. Geiler am Arsch habe ich jetzt. Und jetzt habe ich 5 FPS. Ist doch so ein Arsch. Eine FN-Fall. Schöne Waffe. Jürgen, damit ist ja mein Rucksack auch schon wieder fast voll. Ich habe hier andere Probleme. Ja, ich gehe noch mal kurz in die anderen Beine und dann verpfeifen wir uns hier. SA-58V-Azog. Warte, ich bin da zu zählt drin. Das war ein Fehler. Oh, mit 4 FPS ist das ein Fehler. Ich bin da. Ich gehe hier oben ab. Los, leg an. Na, da mal. Denner weg. Sind die alle bei dir jetzt drüben, ja? Ja, ja, warte, ich habe schon wieder... Oh, hier könnte ich umlegen. Jetzt habe ich wieder 3 FPS. Dann ist es wieder alles vorbei. Bleib, wo du bist. Ich mache das, ja. Hink dir hin. Ich finde hier offenbar eine DMR-Magazine. Leider keine DMR. Oh, hier liegt so ein Rucksack-Waffentasche. Ja, die ist groß. Die habe ich auch. Die hat 60 Slots. Die ist cool. Ne, die hat nur 35. Echt? Mhm. Das ist aber auch mehr wie deine. Oder? Das ist wohl wahr. Muss ich bloß erst mal alles umpacken. Oh, 3 FPS. Oh no. Also ich bin jetzt erst mal durch. Das heißt, warte mal. Ab zum Auto, ich komme hinterher. Okay. Er erschießt uns nicht, wenn er uns sieht. Aha, okay. Aber Nuss mit Bus klingt doch eher ein bisschen deutsch, oder? Ah. Ein Jutz. Er schießt uns. So, ich renne zum Auto. Ich bin auch gar nicht unterwegs. Siehste? Gut, danke, schreibt er. Ich kann dir ja mal mit dem Auto entgegenkommen.